Hallo, 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 hier ist ein neuer Sportvlog, heute vom Fußballplatz aus, aber ich werde nur laufen und was ich da genau mache, erzähle ich euch nach dem Intro. Pew, pew, pew! Ich werde mich jetzt auf den Weg machen, darüber und dann wieder zurück und dann wieder darüber und dann wieder zurück und immer an der 16 Meter Grenze werde ich mal einen Sprint einlegen. Und wenn ich dann im Tor hier wieder angelangt bin, das ist hier vom Tor aus, mache ich wieder eine Workoutübung. So ist mein Plan, mal gucken wie lange ich das mache. Eine Stunde, mal schauen, also bis gleich. So ist es, das ist das, das ist das, das ich schon mal sage. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020